Eingebettet in das imposante und eisige Himalaya Gebirge befindet sich eine Kreatur, die seit Jahrhunderten ein wahres Rätsel darstellt und Neugier, Angst und Faszination weckt. Das ist der Yeti, auch bekannt als der Schneemensch. Ein Fabelwesen, halb Mensch, halb Tier, das die Fantasie von Forschern, Wissenschaftlern und Abenteurern auf der ganzen Welt beflügelt hat. Aber wie viel wissen wir wirklich über den Yeti? Ist denn nur ein Teil der lokalen Mythologie oder gibt es noch etwas anderes in den verschneiten Tiefen, das wir noch nicht verstehen? Berichten zufolge ist der Yeti eine beeindruckende Kreatur, die über 2 Meter groß und mit einer dicken Feldschicht bedeckt ist. Seine riesigen Füße bilden deutliche Spuren im Schnee, die seit Jahrhunderten Legenden und Expeditionen nähren. Aber der Yeti ist mehr als nur ein Schneemonster. In einigen Geschichten wird er als Nachfahre des Affenkönigs beschrieben, einer zentralen Figur der asiatischen Mythologie, die sich mit einem Ogre vereinigt haben soll. Die Mythen besagen, dass aus dieser Verbindung der Yeti hervorging. Diese mythische Verbindung impliziert eine Verschmelzung zwischen dem menschlichen und dem göttlichen, dem tierischen und dem spirituellen und verstärkt den mysteriösen und fast übernatürlichen Charakter des Yeti. Ähnliche Kreaturen sind in verschiedenen Kulturen in anderen Teilen der Welt aufgetaucht. In den Vereinigten Staaten und Kanada ist der Bigfoot dem Yeti zum Beispiel verblüffend ähnlich. Diese Ähnlichkeiten werfen faszinierende Fragen auf. Haben wir es mit einem globalen Phänomen zu tun? Oder handelt es sich nur um kulturelle Zufälle? Viele Abenteurer und Wissenschaftler haben im Laufe der Jahre versucht, konkrete Beweise für die Existenz des Yeti zu finden. Diese Versuche, die mit Hoffnung und Faszination verbunden waren, haben oft mehr Fragen als Antworten gebracht. Doch die Wahrheit über den Yeti ist immer noch ein Rätsel. Zwischen Erzählungen, Legenden und widersprüchlichen Beweisen ist der Yeti ein Rätsel geblieben, das darauf wartet, enträtselt zu werden. Im Laufe der Jahre sind unzählige Berichte über Yeti-Sichtungen aufgetaucht, einige davon sind Jahrhunderte alt, andere jüngeren Datums. Diese Geschichten stammen aus verschiedenen Teilen des Himalayas und werden von Einheimischen, Bergsteigern und Forschern erzählt. Die Beschreibungen variieren, aber in einigen Aspekten sind sie sich einig. Eine große, zweibeinige Kreatur mit Fell, einem schwerfälligen Gang und einem durchdringenden Blick. Manche beschreiben ein furchterregendes Gebrüll, das durch die Berge heilt. Im Laufe der Zeit sind mehrere Fotos und Videos aufgetaucht, die angeblich den Yeti zeigen und Neugierde und Skepsis wecken. Viele von ihnen wurden später als Fälschung entlarvt, aber einige bleiben unerklärt. Fußspuren sind eine weitere beliebte Quelle für Beweise. Diese großen, deutlich konturierten Abdrücke werden seit Jahrzehnten untersucht. Einige gehören zu bekannten Tieren, während andere ein Rätsel bleiben. Während die Yeti-Legenden die Fantasie der Menschen beflügeln, sucht die wissenschaftliche Gemeinschaft nach greifbaren Antworten. Eine vorherrschende Theorie besagt, dass die Yeti-Legende aus Begegnungen mit Grizzlybären im Himalaya entstanden sein könnte. Braunbären im Himalaya sind riesig, imposant und können auf zwei Beinen stehen, was einige der Beobachtungen erklären könnte, die als Yeti-Sichtungen gemeldet werden. Ihre Fußabdrücke, besonders wenn sie durch den Schnee verzerrt sind, können auch mit denen eines riesigen, zweibändigen Wesens verwechselt werden. Wissenschaftler aus den Bereichen Zoologie und Anthropologie geben Einblicke in die Entstehung der Yeti-Legenden. Sie untersuchen, wie verschiedene Kulturen Begegnungen mit unbekannten Wildtieren interpretierten und sie in Mythen und Legenden verwandeln. Die Wissenschaft hat uns gelehrt, dass die Angst vor dem Unbekannten, gepaart mit der Beobachtung unbekannter Tiere zur Entstehung von Mythen führen kann. Im Fall des Yeti wurden die körperlichen Merkmale und Verhaltensweisen des Bären möglicherweise vergrößert und in Geschichten über eine geheimnisvolle Kreatur verwandelt. Der Yeti nimmt in der Kultur der Himalaya-Gemeinschaften einen wichtigen Platz ein. Für viele Sherpa-Völker und andere lokale ethnische Gruppen ist der Yeti mehr als nur eine Legende. Er ist ein wesentlicher Teil ihres kulturellen und spirituellen Erbes. Der Yeti wird oft mit moralischen Werten und Lehren in Verbindung gebracht. Er verkörpert den Respekt vor der Natur und den Bergen, die als heilig gelten und fungiert als Hüter der Geheimnisse des Himalayas. Abgesehen von den Bergen des Himalaya ist der Yeti zu einer Ikone in der weltweiten Populärkultur geworden. Er taucht in unzähligen Filmen, Büchern und Fernsehsendungen auf und wird oft als mysteriöses und schlecht durchschaubares Wesen dargestellt. Auch für den Tourismus in der Himalaya-Region ist der Yeti ein zunehmend wichtiger Faktor geworden. Dieses weltweite Interesse wirft jedoch Fragen nach dem Gleichgewicht zwischen dem Respekt für lokale Traditionen und Glaubensvorstellungen und der Vermarktung von Mythen auf. Bei der Vermarktung der Yeti-Legende ist es wichtig, den Respekt vor der Kultur, die sie hervorgebracht hat, zu wahren. Während die Legende des Yeti weiterhin die Debatte darüber anheizt, ob die Kreatur real ist oder nur ein Hirngespinst der Menschen, das in ihre Kultur Wurzeln geschlagen hat, geht die Suche nach Antworten weiter. Um den Yeti ranken sich viele Geschichten, Beweise und Legenden. Das Geheimnis des Yeti ist eines der größten Rätsel unserer Zeit.